So sechs Sekunden noch bis zu unserem Kampf wieder mit unserem wunderschönen Skorpion G. Wir haben hier ein paar Skorpion G dabei. Ich würde mal sagen, ich werde hier als letztes mit zu starten. Die fährt einfach mal. Aber was ist denn das hier im Panzer? Go you bitch. Typ für mich schwer. Guckt euch mal an, wie klein ich mich fühle. Von, wir sind in Pilzen. Wo das schöne Bier herkommt. Also, es soll ja gut schmecken, aber ich habe in Pilzen auch keinen Pilsen getrunken. So. Und ich kenne die ganzen Maps nicht. Für die ganzen alten Fabrikan finde ich geil. Und die Map an sich sieht auch geil aus. Bitte weg, wird hier mir. Bitte. Böck. Das ist ein deutscher Panzer, fällt mir jetzt erst auf. Jetzt hab ich mich mühevoll gedreht und jetzt kommt hier keiner oder was. Was? Wenn ich einen kühnen würde, ich wäre so zufrieden. Das Nachtland dauert lange. Komm, zwei Meter noch weiter vor, zwei Meter. Dann hab ich dich, du hässliche Fotos. Das ist ein Gegner? Also ich kann hier nicht weiter vor. What? Die Maus hat mich. Ah, schade. Ich konnte aber auch nicht weiter vor. Ich hatte zwei HP. Fucking zwei HP. Damit kann man auch überhaupt nichts anfangen. Oder hab ich was falsch gemacht? So, vier Sekunden noch, bis die nächste Runde beginnt. Ich wollte in der Runde, wollte ich jetzt eigentlich mit einem Fiat 3000 spielen. Hat aber nicht geklappt, deswegen sind wir jetzt auf dem Binnenländischen. Es weiß ich nicht, wie das ausgesprochen heißt. Strafpanzer, wie ist der Geier, was? Umgestiegen. So, ähm. Also langsam, 100 Schuss. Äh. Kaun Panzerung. Raumschussrate. Wir haben aber alle Level 1 Panzer. Also dürfte ja theoretisch nicht ganz so schwer sein. Wir haben hier drei davon. Die Leichttraktoren haben wir noch. Ja, hier sind noch immer wirklich Fiat 3000 drin. Leck mich. Leck mich fett. Okay. Gut. Dann gibt es eben kein Fiat 3000, weil Fiat 3000 anscheinend nur bei den Gegnern sein darf. Wenn man jetzt im Vergleich zieht sich von dem vorigen Panzer, ja, ist ein klein Geschwindigkeitsunterschied. Und ich habe hier 360 Grad, okay. Was hat denn Händen geschossen? Wo ist denn mein Motor? Mein Motor ist hinten, oder? Da täusche ich mich. Da ist doch eigentlich hier drin, Alter. Also das war ja jetzt noch richtig scheiß Runde. Dafür habe ich so lange gewartet. Das ist doch richtig. Das war's. Nee. 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 Das sehe ich doch nicht aus. Nein, Alter. Oder doch. Muss ich ja. Zwei Runden gibt es ja. Ach, Leute. Wir können hier mal kurz reingucken. Aufträge für den Skorpion. Okay. Erfahrungsmultiplikator. Aha. Abgeschlossen. Besprechung. Okay, jetzt habe ich ein paar hier abgeschlossen. Oh, das war schon. Ähm. Tagesauftrag. Wäre fünf Gefechte spielen. Wir kriegen 75.000. Ja. Wochenauftrag. Können wir mal teilen ab. 4.000. Okay. Ähm. Leute, wenn dir das ganz bald gefallen hat, gibt noch nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten schreibt, mir kommt da, ob man davon sehen würde es auch nicht, dann müssen wir nächstes Mal sagen, dann werden sie. Ciao, ciao.